Willkommen zu einer Runde Curfiva mit ein paar Abonnenten Abonnenten Whatsapper, Youtuber Whatsapper Whatsapper Nein! Boah man guckt nicht an Ich bin ja gar nicht gelb Ich dachte ich bin gelb Du warst eben gelb gewesen deswegen Ich hätte das Spiel gewonnen Ich hätte das Spiel gewonnen Ja so davon Ja ich hätte es auch gewonnen Musik spielen mit Copyright und so Echt? Das ist aber dumm Du Dummkopf Du dummkopf Das ist doch scheiße diese Umkehrungen hier Du wirst immer am Gewinn und wenn du aufnimmst Chris was heißt Umkehrungen? Du bist ja gerade gegen gefahren Du hast nicht mal gelenkt Ja weil die zu Ende war die Umkehrungen Du Mongo Fieber zu Ende Du kannst aber gar nicht gelenkt haben Du bist da genau reingefahren Halt die Fresse Das ist keine Ahnung vom Leben Nein! Aber der Kampfgek Da war ich der Keks wieder mal zerbröselt Guck mal ob ich es so schlecht Chris Ja ich geht es halt Weiterpflanze Mann ey Ich will es noch ein bisschen spannender machen Alles für das Video hier Ja ja alles nur spannender machen Wollen wir mal gucken wer hier am Ende gewinnt Ich hab die schönste Linie Nein! Du dummkopf Uuuuuhh Oh Alter Nein! Sieht schlecht aus für dich Sieht schlecht aus für dich Chris soll ich dir dann das Geld überweisen? Jaaa Puffi haben wir ausgemacht ne? Puffi Ja ich dachte wir hatten Bares ausgemacht Also Leute was wollt ihr denn überhaupt? Naja damit ich gewinne Ja ach nee aber wir wollten das für Cash so bar klingeln Du weißt Was machst du das denn ein? Jetzt hab ich wegen dir verloren Puffi Ja aber wo bist du denn? Ich seh dich doch nicht mal auf der Rangliste da Puffi Jaja Alle haben's lacht Ein bisschen ohne Nieren ZACK! Nein Chris das gibt es nicht! Der Zerstörer Ah fuck Alter jetzt wird's brutal hier Meine Skills auspacken hier Deine Skills ja das haben wir ja eben gesehen Was du für Skills hast Bist jetzt ruhig hier Achso an alle Aponenten von Chris Leichte Alkoholiker deswegen Genau Er kann nur besoffen zocken Er kann nur besoffen zocken Normalerweise hast du doch immer so ne Zitterhand wenn du besoffen müsst Was trinkst du da nicht? Ja du ne ein bisschen Ach ich bin doch nicht orange Oh man Biss ich ey du Mongo Ja dann geh doch mal Ey ich hasse euch Hast du mich grad Der Mongo getrennt Boah jetzt ist er sauer ey Oh was mach ich Guckt euchs euch an Ich fahr straight gegen die Wand Boah ey Chris vielleicht gibt's aber echt ne Permaband von deinem TS Ja genau Ich sperr mich selbst ey Hörst du ne ich nicht Ich werd helst davon wenn du mal so ne grüne Schildkritte einsammelst Ich werd helst davon wenn du mal gegen ne Wand fährst Wie Paul Walker oder was Alter jetzt lag der Tier schon wieder Boah Chris oah Boah Chris oah Boah Chris oah Boah Chris oah Ja sicherlich Ja Ja Du bist doch dumm Ja guck mal Weißt du das ist so lächerlich Von dir wurde ich platt gemacht ja Guck dir was du da machst Boah das gibts nicht mehr Beige Kampfkicks Nein Bin ich beige Orange du Das ist beige Wenn blau Das ist orange Das ist beige Das ist orange Das ist orange Das ist ultraviolett Boah Nee Wahrscheinlich Wahrscheinlich Genau Nein Alter Oder Nein Oh Mensch Jan was ist bei dir los Boah Digga Aber fuck ich hätte ja unten lang Hey man Egal das reicht ich hab schon gewonnen Schon zu Ende hier Ich wollte grad sagen Hey Aber ich kann dir so ein Best aufmachen Das heißt wir können noch weiter zocken ne Ja ich hab ja erst der und letzt der Wunde gewonnen Ich hab ja immer etwas Wie 800 Punkte was willst du Ja du hast 800 Punkte Ich bin die gelbe Gefahr Ich geb dir gleich mal 800 Punkte du Oh Er ist die gelbe Gefahr Hahahaha 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 Ja das ist super Gefahr Ja die gelbe Gefahr hat abgekommen Scheiße Das ist super gefährlich Nein Nein Das ist eine Umkehrung oder was Brumm Verseres Start als sonst hier mit zwei Punkten Machst mich dick Machst mich dick gib ich dir Fick Oh wir vor Ah Ich muss jetzt sagen wer vorbeifährt ey Das ist mit dir Go Codex Go Codex Go Codex Go Codex Boah ey Chris Junge ey du bist ja Wie du leckst ey Wie langsam er ist Hahahaha Hahahaha Dann kriecht er raus Hey Junge steht bei dir Hahahaha Wie so ein Haufen Elend Hahahaha 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 Was ist denn los bei mir Mann Was ist denn Oh Was ist denn Was ist denn Was ist denn los mit dir Ist denn Hahahaha Nix gute Hahahaha Wann haben sie sich grad wieder Assassin's Creed Hahahaha Der hangelt sich mal um am Käfig lang so Hahahaha Und der lässt sich mal runter fallen von da rum Hahahaha Warum zum Fallschuh Der will dich umbringen Hahahaha 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 Boah guckt's euch an Nein Es ist mit dem Fabian drauf gegangen Hahahaha Amotex du bist unsere Last Hope und so Hahahaha Last Hope und so F9 Ok jetzt geht's ab Hahahaha Ja ne hast du schnell die Ficks ausgepackt Doppel auf 9 Oh ich krieg die Kröten hier Nein Ohhhh Hättest du nicht lang gehen sollen Hättest ihn Da Erik du bist schon ein Domkopf Das ist der schon kleine Du hältst jetzt deine Schnauze Du hältst jetzt erstmal deine Schnauze Du Domkopf Bist du Doppelkopf Hahahaha 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 EWA uno onder Mustafa Hahahaha O slowly O haha Hahahaha Oh no heeey Bish Hahahaha 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 Wenn du wüsstest, wie sich das gerade angehört hat, ne? Ja, das ist doch alle aufm Kopf gefallen. Oh, diese Umkehrung, ich konnte darauf nicht klar. Das ist dein Leben nicht klar, das ist ein Problem. Bitteschön. Ey, das nächste Mal hält echt die Klasse toll aus rum. Oh, ich geb mein Left-Town einfach um. Ja, wie schnell willst du das machen? ZACK! 180! Ah, nein! Oh, Kornex! Oh, Kornex! Ich bin Relodiac! Ich mischt Kornex. Ich hab keinen echten Gegner hier. Doch, nicht. Die gelbe Gefahr. Ja, die gelbe Gefahr. Ja, ganz vergessen. Scheiße, was mach ich jetzt? Kornex, was soll denn der Schalt? Ja, chill, warte, ich hab hier gerade selbst ein riesiges... Oh, ja, genau. Lücke! 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 Das war perfekt! Das ist doch trotzdem gewonnen, regt ihr ab, Alter. Junge, 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 Junge. Oh, das ist ein Doppel-Ess. Oh, das ist doch unfair! Oh, mein Gott! Boah! Boah, Chris, ey, guck mal, ich bin da noch rausgekommen. Boah, was ist das denn, ey? Mit einem Misthaufen, genau wie du. Scheiße! Wir teilen uns ein Loch! Erik braucht drei Punkte. Ich teile mir kein Loch. Der Beste muss wieder raus. Der Dummkopf. Ja, komm schon! Also ganz ehrlich, diesen Jochen aus dem Dschungelcamp, den will ich schon echt gerne mal in den Arsch knallen, mein Gott. Ja, schlängelt er nicht. Boah, scheiße! So, wer ist, Bisch? Kampfkicks, du Dummkopf. Was sammelst du das ein? Bist du schon doof? Ich bin wegen dir gestorben, willst du das? Ja! Mach ja! Oh, guck sie an! Kampfkicks, ey, Jan, was machst du denn? Jan, du bist doch doof! Genau, wieso pusht du wieder den armen Chris, weißt du? Der ist schon die Zeit, seine Öffnung. Ja, ey, wenn er für Geld gegeben. Boah, Chris, bist du schlecht, ey. Ne, ich komme einfach gerne von hinten. Ja, jetzt, äh. Sagt auch immer bei dem Typen aus dem Dschungelcamp, du, ich sag's euch. Ich komme gerne von hinten an. Leute. Aber diesen, diesen neuen Bachelor habt ihr nicht gesehen? Der ist auch ganz schön schön, ich bin mit seiner Glatze. Oh, ey. Wer ist das? Wer ist das? Ey, wer von euch ist das? Wer? Wer denn? Was denn? Was willst du denn? Weiß schon. Der Bachelor so heiß findet. Das ist der coolste Dummkopf. Äh, nein. 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 Ey, nein. Warum seid ihr denn alle am Spielen? Guckt ihr in TS oder was? Was seid ihr denn für uns? Ihr Dummkopf. Oh, wie langsam ich bin. Achtung, Chris. Oh, Mann, Scheiße. Du bist ein Dichser. Genau, Mann. Junge, da ist ein Krümel in meiner Tastatur. Krümel. Sind die nicht zufälligerweise vor mir? Ja. Sind die zufälliger? Nee, die hat der Weihnachtsfamil. Das ist Kuppenkäse. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, Alter. Das kommt ja kaputt, Kamp effect. Ich war da natürlich genau gegen... Fuck! Lücke! Lücke! Ja! Ja! Guckt's euch an! Guckt euch meine Linie an! Ich hab mir Glück als Verstand, ey! Heuchele! Ja ey, ich hab mehr Schwanz als Gehirn! Nein! Doch, siehst du doch! Dieser Kinnbaufleck da unten! Das ist dein Venis! Das ist dein Monofleck! Flash ist zu einfach! Jetzt einfach pinkeln, mir egal! Kacke, kann doch nicht angehen! Jetzt Runde geht los! Aber das ist doch dumm! Ohhhh! Guck dir diesen Skill an! Nein! Und dann sowas! Du bist doch... Dir ist doch nicht mehr zu helfen! Ey! Dafür zum Thema! Dat ist kill! Tja, manchmal verlässt mich der Skill halt einfach so! Ihr seid einfach keine Herausforderung! Ist einfach so! Ja, nur weil du hier die ganze Zeit übst und so! Ja, okay! Lass mich nochmal reinkommen! Lass mich nochmal reinkommen! Oh mein Gott, Alter! Ich zerstör dich, Bruder! Hallo! Ja, 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 ja! Das wollen wir sehen! So, das hat sich mal sehr gut angefangen! Ne, warte, 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 warte! Das ist... Das ist... Nein! Das ist die Ruhe vor dem Sturm! Warte! Du doofe Ticke! Oh nein! Du bist doch ein Dummgap! Ja, dann seid acht! Und du hinfährst, ne? Nein! Die Drehung! Das war so knapp! Ich war richtig! Ey, den Mega-Tampunk, ey! Nein! So geht's! Nein! 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 Ich lache! Die kenn ich aber aus nem Video! Voll cool! Nein! Oh, Digger! Häh! Oh, Digger! Ich hab ja schon lange keinen mehr umgebracht, aber da hügt's schon mehr in die Fingern, ey. Vor allen Dingen das Gefährlichste, das allergefährlichste, die Kampfmaschine aufm DS ist ja eigentlich Marco. Der holt der Letzte wieder auf hier. Ach, sei ruhig da unten, um das gar nichts zu melden. Alter, schnauze! Was heißt denn hier, du hast gar nichts zu melden? Die billigen Plätze, ne? Ja, 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 ja. Ja, das heißt, du hast nichts zu sagen. Wer ist hier billig? Wer ist hier billig? Das ist eine minderbemittelte Aussage. Weil du nicht auf der gleichen Höhe wie wir sind. Nein! Oh, nee, ne? Das gibt's nicht. Du hättest mir wenigstens einen Punkt schenken können. Boah. Weißt du, ich hab mich gerade in mein eigenes Verderben gestürzt. Inale. Robert. Guck mal, ey, du bist doch ein Freak. Du hast doch... Ey, das ist doch nicht... Guck, ey, das... Da, 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 da! Und dann sowas, weil du mich abgelenkt hast, ey! Mesko, was ist mit dir los? Keine Ahnung, ich hab irgendwie meine... meinen Doppel F9 vergessen. Ich hab irgendwie meine Pee-Pee. Boah. Elegant, elegant, ey. Den Arsstrang hier. So, das war's dann. Kodex konnte natürlich nicht gewinnen. Der ist schlecht. Ja, und, aber ich bin dritter, komm, davor hab ich sowas gar nicht geschafft. Der ist die Schnauze. Tschüss. Das war's. Aber ich habe meinen Tastief. Das war's. Das ist doch so! Ich habe neue Vros. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.